Hallo meine Kommissare, zurück zu einer weiteren Folge von den mysteriösen Mordfällen. Der Tod schmeckt süß. Die gute Frau wurde vergiftet. Und von wem? Das gilt es rauszufinden. Findet die Hinweise in diesem kleinen Garten. Und dann entschuldigt ihr einfach die gute Schwester der Toten. Ihr habt es gehört. Ich liebe heiße Schokolade. Ich glaube, ich mache mir gleich eine. Seht derweil, ob ihr das haben wollt. Kassiert die gute Schokolade 500. Und natürlich wieder eine Waffe. Das war es mit Der Tod schmeckt süß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst die Daumen nicht, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.